Ja, willkommen zu einer neuen Gameplay hier auf eplay-tvau.de Und wir zeigen euch das Spiel hier, Mini Roboter Wars, was es kostenlos auf unserer Seite zum Mal runterladen gibt. Und das kriegen wir. Spielen wir einfach mal. Wir geben schnell mal unseren Namen ein, denn wir spielen das ja hier und gehen erstmal hier direkt auf Play Games. Und dann wollen wir uns mal anschauen. Das ist jetzt ein Strategiespiel. Und erstmal hier so das klützekleine Intro. Das ist jetzt ein Strategiespiel. Und dann wollen wir uns mal anschauen. Das ist jetzt ein Strategiespiel. Das ist jetzt ein aspirier. stage one one was wir machen müssen ist jetzt eigentlich einfach nämlich hier ist und wir müssen darauf klicken und das dann zum beispiel hier platzieren so was ist jetzt unsere aufgabe ja das ist die gute frage den wir hier einfach vielleicht warten so jetzt haben wir schon mal energy bekommen das ist schon mal richtig gut und das sind da oben unsere leben wir kommen damals schon wieder ein leben bekommen auch einfach nur fürs dumm rumstehen das haben wir hier im zweiten das ist denn der der sich über die ganze strecke hier verteilt ein schöner mensch was auch wir jetzt trinken gleich beide diese lebensenergie also diese kraft also leben haben wir hier oben die kraft ist ja diese hier haben wir fünf bekommen da kommen auch schon die gegner und jetzt werden wir gleich mal sehen was passiert er schießt hier fleißig und da hast du da und da wurde eine schraube gefunden das ist auch schön schrauben sind immer gut blöd wenn ich ihn da hinstellen aber lassen wir einfach mal so nicht weiter dazu das könnten wir hier noch einen weiteren hinstellen als beispiel was wird hier nichts drin weil sowieso glaube ich nicht mehr kommen vielleicht gleich diese fertig stein ist doch da kommt noch einer gut und die schießen jetzt beide und somit geht er natürlich schneller kaputt ja 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 Und damit ist der Level auch schon geschafft. Also wir sehen es hier. Und schon haben wir einen neuen Gegenstand gefolgt. Also das ist so recht einfach gehalten, das Spiel. Yeah. Und wir schauen einfach mal weiter, was uns das nächste Level bringt in Mini Roboter Wars. Hier sehen wir, jetzt haben wir hier oben ein kleines Flugzeug. Das ist auch ein Air Shuttle. Das ist ganz gefährlich. Und natürlich auch die Tiefdinger hier. So, unsere erste Sache, was wir machen müssen. Natürlich. Wir müssen unser Gegenstand platzieren. Das ist dieser hier. Und dann müssen wir hoffen, dass wir ganz schnell unsere Männekiken hier kriegen. Dass wir hier angreifen können. Einer kommt schon. Der zweite kommt gleich hinterher. Das dauert natürlich immer so eine Zeit. Ihr seht es an dem Blinken. Weiter geht's. Und dann geht's. jetzt kommt der Hubschrauber, wir haben es gerade gehört und wenn der hier in diesem Bereich ist, wo der schießt dann ist er weg zwei und da ist er weg und gleich kommt die final Kampagne, die wir brauchen wir stellen jetzt noch einen hier nach oben hin und da ist er auch weg was bekommen wir da, das ist ein neuer Gegenstand, auch wenn ihm jetzt hier gekleert ist ein Energy Booster jetzt richtet uns 15 weitere Punkte an Energie ja, da wollen wir gleich mal schauen was uns das bringt Runde 1-3 wie viele Stages es natürlich gibt das bleibt abzuwarten, denn die Vorversion könnt ihr natürlich auch selber spielen also hier kommen jetzt zwei Bosskämpfe hohoho, das wird ja blöd das ich zwei Energietürme jetzt aufstelle hat seinen Grund weil so kriege ich ein bisschen mehr Energie um dann natürlich auch gleich eben das mit dem Kämpfen anzufangen umso mehr natürlich, umso besser weiter